So, jetzt mache ich ein zweites Video von denen und das wird glaube ich mein letztes sein. Diesmal nehme ich einen anderen Kämpfer mit dem, was ich besser kämpfen kann, wenn ich mich kleiner mache, schießt der automatisch auf den Gegner und da muss ich eigentlich schon nichts mehr machen, weil der schießt eher automatisch sein Tourette Waffen, was ausschaut wie aus zwei Händen und die Hälfte von seinem Bauch oder so. Der schießt ja automatisch, ich muss mich eh um nichts kümmern, aber dann schaue ich auch, dass ich ein bisschen kämpfe, weil, dass mein Computerpartner, Freund nicht alles alleine machen muss. Und dieses Video ist dieses Mal nur ein 3 Minuten Kampf, weil, sonst ist das Video zu lange, weil... Ich schaue, dass ich von hier wegkomme, schaue, dass ich ein bisschen raufkomme und mich aufheile. Ein bisschen kompliziert, weil er sich so schnell bewegt manchmal, der Herr Weafel. Ja, du schaffst das, mein komischer Körpergestell, beschießt sie alle mit deiner Battlehammer oder wie das heißt. Nein, 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 ich brauche den Trank, ich brauche den Trank, ich komme hier nicht rauf. Das Alter, der ist kompliziert. Es wird nichts, ich muss von unten was holen, sonst geht mir der noch drauf gleich. Nein, 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 komm, ich will nicht, ich will nicht K.O. gehen. Wie viele Punkte habe ich? Ich habe schon 4, ich bin besser als mein Computer. Ja, aber auch nur, weil ich ein bisschen unfair gespielt habe mit der Tourette-Waffe, weil, missbedenken, ich halte ja die Kamera. Und die meiste Kampfkämpferin muss eh der Computer machen, weil ich persönlich nicht so kämpfen kann, wie ich will. Sonst könnte ich dieses Video nicht streamen. Nein, 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 ich... Tourette-Waffe, hilf mir. Nein, 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 ich muss irgendetwas woanders hin tun. Wo ist der? Der ist... Naja, der sei gleich K.O., ich bin gleich K.O., besser gesagt. Und bald ist die Zeit wieder einmal um, ja. und ich gehe auch gleich drauf aber das ist egal ich habe so wieder mal gewonnen nein 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 nicht so er kriegt mich nicht sehr gut er kriegt mich nicht ich bin stolz auf dich tourette waffe ich bin sehr stolz auf dich wir haben einen down kriegt immer was zum heilen wenn es nix da und das sind die punkte ergebnisse von diesen zweiten kurzen kampf ich habe sechs punkte mein partner sechs punkte gemacht der com halt der noxcom und ich heiße dieses spiel renegade ja ich weiß renegade hat früher verviel nie angegeben als automark und weil diese automarkt auch rene heißt einmal gedacht weißt du was diesen spitznamen nenne ich mich in diesem spiel ich hoffe dieses video hat euch gefallen und ja also muss hier drücken und ich sage wieder mal bis zum nächsten mal schau liebe leute diesmal kriegt der noxus die ehre und tschüss